Ich bin die Miriam Tschia und ich möchte gerne hier berichten, wie toll die Bettina Steffen mir das Logo gemacht hat. Sie hat ein unglaubliches Gespür für Formen, für Farben. Sie holt dich genau da ab, wo du stehst. Und sie kann das, was du ihr mitteilst über dich, über das, was du machst, einfach wunderbar umsetzen in eine Grafik, in Schriftzüge, in die richtigen Farben, Formen, was alles dazugehört. Und ich bin so was von happy mit meinem Logo. Das beschreibt mich auf den Punkt, dass man sieht auf den ersten Blick, was ich mache durch das Logo. Und es ist einzigartig und es entspricht genau meiner Seele und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.